Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich Willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Kokainbär oder Kokainbär Ja, in diesem Film geht es um ein Drogenkartell, das von dem Sid geführt wird Der wird gespielt von Ray Liotta Den kennt man zum Beispiel aus Sin City 2 Der lässt Kokain im Wert von 50 Millionen Dollar in den 1985er Jahren in den Wäldern von Georgia von einem Flugzeug runterschmeißen Und dieses Kokain verteilt sich durch den ganzen Wald Und zwei Kinder namens Didi, gespielt von, ja die scheint wohl wirklich so zu heißen Brooklyn Prince, die kennt man zum Beispiel aus der einzig wahre Ivan Und Henry, gespielt von Christian Convery Den man zum Beispiel aus dem Van Helsing Film kennt von 2016 Die überlegen sich die Schule zu schwänzen und einen Wasserfall in diesen Wäldern aufzusuchen Um diesen Wasserfall abzumalen Aber sie sind nicht als einzige unterwegs in diesem Wald Denn auch David, gespielt von Oshia Jackson Jr. Wird von Sid beauftragt, das Kokain in den Wäldern aufzufinden und zurückzuholen Er schlicht, ähm, er stimmt zu und holt den Kollegen Eddie dazu Aber Eddie ist momentan ein bisschen angeknackst Weil seine Freundin ihn Weil die Freundin nicht mehr bei ihm ist, etc, etc, und so weiter und so fort Ist er halt ein bisschen angeknackst und Nicht ganz so gut drauf, aber gut Die beiden fahren zu dem Wald hin und wollen versuchen das ganze Kokain einzusammeln Als Zari, die Mutter von Didi, nach Hause kommt Die kennt man zum Beispiel Die wird gespielt von Carrie Russell Die man zum Beispiel aus Star Wars Der Aufstieg Skywalkers kennt Tritt sie natürlich der Schlag, dass Didi nicht in der Schule ist Sie ruft bei den Eltern von Henry an und erfährt, dass beide nicht da sind Ja gut, was macht sie? Sie findet heraus, dass Didi zu dem Wasser fallen möchte Und geht dann hinterher Sie holt sich natürlich Hilfe bei den Park Ranger Und als Park Ranger ist momentan Ranger Liz im Dienst Sie wird gespielt von Margot Martindale, die man zum Beispiel aus Downsizing kennt Und von dem Tierexperten Peter Er wird gespielt von dem bekannten Jesse Taylor Ferguson Den meisten wird er bekannt sein aus der Serie Modern Family Ja, Zari geht hin und sagt Ranger Liz und Peter, dass ihre Tochter und ihr Freund dort verschwunden sind Und sie machen sich auch auf den Weg, die Kinder zu suchen Was sie aber alle nicht wissen Dass ein großer Schwarzbär Teile des Koks gefunden und konsumiert hat Und dieser Bär ist absolut nicht mehr Herr seiner Sinne Ja, was wirklich das Lustige an diesem Film ist Beziehungsweise das Interessante an dem Film ist Dieser Film, auch wenn man jetzt denken möchte Was für ein Quatsch muss dieser Film sein Dieser Film basiert tatsächlich auf eine wahre Begebenheit Es gab tatsächlich dieses Szenario Dass Drogendealer aus einem Flugzeug Fuchs abgeworfen haben Dass Kinder genau zu diesem Zeitpunkt in diesem Wald waren Schule geschwänzt haben Und dass dieser Bär tatsächlich dieses Koks konsumiert hat Das gab es tatsächlich Als ich als erstes einen Trailer gesehen habe Da habe ich mir gedacht Ey Leute, auf was für eine Drogenszene muss man gewesen sein Dass man so ein Drehbuch schreibt Und nein, was der Film wirklich gezeigt hat Dass dieser Film tatsächlich auf einer wahre Begebenheit beruht Und das finde ich so extrem krass an dem Film Wenn man sich das mal wildlich vor Augen führt Dass diese Dinge, die da in diesem Film passieren Tatsächlich passiert sind Unglaublich Aber kommen wir mal zu dem Film als solches Es ist ja echt gut, dass wir jetzt nicht mehr in den 80er, 90ern sind Wo wirklich Tiere für solche Filme herhalten mussten Sondern der Bär ist tatsächlich computeranimiert Was ich echt gut finde Und er ist auch echt gut computeranimiert Muss ich tatsächlich sagen Also Der sieht jetzt wirklich nicht aus wie aus so einem 0815 B-Movie-Film Auf gar keinen Fall Der sieht echt gut aus Und auch wenn man jetzt wirklich Wenn man jetzt nicht weiß Dass das alles eine wahre Begebenheit ist Würde man echt denken Dass das so ein B-Movie-Film wäre Aber mit den Schauspielern Und mit der Art wie das umgesetzt wurde Ist das definitiv kein 0815 B-Movie Oder irgendwie ein Schrottfilm oder sowas Ist der Film platt? Ist der Film einfach? Ja, ist er Aber man hat sich da vielleicht auch Mehr oder weniger auch an die Die wahren Begebenheiten von damals Halt gehalten Aber man muss sagen Auch gerade wieder J.C. Taylor Ferguson Ey, was der wäre für eine Rolle spielt Der Mann ist einfach gut in diesem Film Und auch Ähm, ähm, wie hieß er nochmal? Ähm, O'Shea Shaquille Äh, ne O'Shea Jackson Jr. Den man ja auch aus Straight Outta Compton kennt Auch der hat wirklich eine echt gute Rolle gemacht Muss ich wirklich sagen Und ich denke mal Wäre dieser Film in den 90ern gedreht worden Oder Ende der 90er Anfang der 2000er Dann hätte die Rolle mit Sicherheit Ice Cube gespielt Da gehe ich mal stark von aus Aber Echt, also Ich habe mich bepisst vor Lachen Ich habe mich wirklich bepisst vor Lachen Was die da für Geniale Ideen da Reingebaut haben Beziehungsweise Was das wohl wirklich In der Realität für eine interessante Sache gewesen sein musste Ein riesengroßer Schwarzbär Jetzt nicht übertrieben groß Keine 10, 20 Meter Oder irgendwie sowas Sondern wirklich Im normalen Verhältnis Großer Bär Schwarzbär Auf Koks Komplett außer Kontrolle Ey Und was dafür Wie gesagt Also ich habe mich da wirklich bepisst vor Lachen Also nicht weil der Film lächerlich ist Sondern Weil man sich das absolut nicht vorstellen kann Dass das Tatsächlich so Vorgekommen ist Und Echt also Auch die Die Kinder Und alle Spielen echt ihre Rolle Wirklich gut Wo ich wirklich sagen muss Leute Das ist Echt interessant Auch wenn die Story Sage ich jetzt mal Nix Nix Weltbewegendes ist Oder jetzt irgendwie In zig Sachen Verschachtelt ist Oder sowohl Muss ich sagen Dass der Film Eine echt Kurzweilige Unterhaltung ist Und Wenn man das immer Sich im Hinterkopf bellt Dass das Tatsächlich so Ungefähr passiert sein muss Krass Ein Einfach krass Hoodies Und mit Interessanten Schauspielern Haben möchte Der sollte sich den Film Angucken Der Film ist ab 16 Jahren Freigegeben Weil halt ein bisschen Splatter drin ist Und weil es halt ein bisschen Blutiger zur Sache geht In der einen oder anderen Stelle Muss ich sagen Also Gerade was die Charaktere angeht Hat das echt Spaß gemacht Hier alle Zuzugucken Und Ich finde auch Dass der Bär Richtig gut aussieht Und dass man sich da Wirklich da Echt Gedanken gemacht hat Wie dieser Bär Tatsächlich Zur damaligen Zeit Wohl reagiert haben muss Von daher Also Der Film Auch Wenn man denken mag Was man über diesen Film Denken möchte Finde ich Ganz eindeutig Also Also gute vier Totenköpfe Hat der auf jeden Fall Verdient Weil der eine Extreme Komik hat Extrem geile Komik hat Obwohl Ja so viel Totalität Dies und das teilweise ist Wird das alles Durch diese Komik Ein bisschen entschärft Und wie gesagt Es basiert auf Eine wahre Begebenheit Ich kann es gar nicht Oft nur noch betonen Ich kann es nicht Oft genug betonen Das muss tatsächlich So passiert sein Und wenn man sich Den Film anguckt Man kann es Sich nicht Vorstellen Ja Das war die Filmbewertung Zu Kokain Bär Oder Kokain Bär Wenn euch gefällt Was ich mache Lasst doch ein Abo da Und gebt auch mal Den Like Button Mal einen kleinen Druck Und Schaut auch mal In der Videobeschreibung Da sind ein paar Interessante Links Dabei Die für den einen oder anderen Für euch interessant Seien könnten Und somit könnt ihr auch Meinen Kanal Unterstützen Wünsche euch noch Einen schönen Tag Bis demnächst Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal